Es ist beschissen, hier und jetzt zu leben. Der amerikanische Westen ist ein ekliger, gefährlicher, dreckiger, furchtbarer Ort. Seht euch mal um. Alles hier draußen, außer dir selbst, will dich töten. Gesetzlose, wütende, besoffene, geldgierige Huren, hungrige Tiere, Krankheiten, schwere und harmlose Verletzungen, Indianer, das Wetter. Du kannst sogar beim Kacken draufgehen. Seht ihr die Kerle da drüben? Die Jungs aus der Silbermine, seht ihr was die essen? Rippchen in scharfer Soße. Die essen ständig nur scharfe Sachen. Zu jeder Gottverdammten Mahlzeit. Und wieso? Weil ihre Geschmacksnerven völlig abgestorben sind, weil sie giftige Gase einatmen. Da unten in der Mine. Mehr schmecken die nicht. Wisst ihr, was der Fraß einem antut? Die krepieren an ihren eigenen Fürzen.